Was ist die neue Plattform Vivi Vibes und was hat das mit K-Pop und mit einer der erfolgreichsten K-Pop-Bands überhaupt zu tun? Das klären wir alles in diesem ganz speziellen Video heute. Willkommen an Bord, ich bin's, euer Käpt'n und heute gibt's ein ganz spezielles Video, nämlich allein nur über die neue Plattform Vivi Vibes und K-Pop, beziehungsweise seine neue Partnerschaft mit JG Entertainment und Vivi. Das, wie gesagt, schauen wir uns heute ein bisschen genauer an, denn es ist ein recht umfassendes Thema und dementsprechend würde ich auch sagen, legen wir direkt los. Auf LinkedIn wurde am heutigen Tage ein Post, beziehungsweise ein Artikel geteilt von Vivi und zwar nämlich dieser Pressebericht hier, dass JG Entertainment und Vivi zusammenarbeiten. Vielleicht als kurze Erklärung, was ist eigentlich JG Entertainment? JG Entertainment ist ein südkoreanisches Unternehmen in der Unterhaltungsbranche und Plattenlabel, also im Prinzip Musikvertrieb. Das heißt, hier erstmal auf jeden Fall ein spannender Part, was hat das Ganze jetzt mit Musik und Vivi Vibes zu tun? Vivi Vibes, vielleicht erstmal kurz als Erklärung selbst, wird hier auch nochmal im Artikel erklärt, ist nämlich die neue Plattform von Vivi, die fokussiert auf Musik gehen wird. Also hier auf jeden Fall auch die dritte Säule neben Vivi Comics und neben der normalen Vivi App. Also bekommen wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen hier auch eine neue App zu sehen. Und warum sage ich in den nächsten Tagen? Das werdet ihr gleich herausfinden. Schauen wir uns den Artikel nämlich erstmal an. Hier wird natürlich erstmal beschrieben, was Vivi denn eigentlich ist. Und hier wird auch geschrieben, dass wohl in diesem Monat schon, also im Mai, hier erste Collectibles erscheinen werden. Und JG Entertainment hat unter anderem auch große namentliche K-Pop-Bands unter Vertrag, beispielsweise Blackpink, die wir uns vielleicht auch gerade mal nochmal genauer anschauen. Denn Blackpink ist die erfolgreichste Girl Group der Welt. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ganz wichtig ist der Unterschied zwischen Boy Group und Girl Group. Deswegen Girl Group sind sie auf jeden Fall die erfolgreichsten. Danach kommt aber tatsächlich auch schon BTS, die die erfolgreichste Boy Group sind. Aber sie konkurrieren auf jeden Fall auch sehr stark mit BTS, die auch eine südkoreanische Boy Band sind. Und ich würde sagen, wir schauen uns das trotzdem mal in Zahlen an, was K-Pop denn eigentlich so in Südkorea bzw. weltweit eigentlich so ausmacht. Denn 4,6 Milliarden Dollar haben nämlich allein die K-Pop-Band BTS 2019 im Alleingang erwirtschaftet. Und das macht in etwa 0,3% der südkoreanischen Wirtschaftsleistung aus, was wirklich heavy ist. Wenn man nämlich hier mal auch das Ganze im Kontext sieht, Korean Ear, also eine Fluggesellschaft, macht allein 0,7% der Wirtschaftsleistung von Südkorea aus. Also Wahnsinn, was das hier für Zahlen sind, ehrlich gesagt. Schauen wir uns Blackpink nämlich mal ganz genau an. Hier mit 93,6 Millionen Followern allein auf YouTube ist schon mal heftig. Und wenn wir uns dann noch mal genauere Zahlen hier auf dem YouTube-Channel anschauen, wie viele Aufrufe sie insgesamt generiert haben, dann sind wir hier bei 35 Milliarden Aufrufen, bei 63,6 Millionen Followern alleine auf dieser Plattform, was wirklich Wahnsinn ist. Und vielleicht mal kurz als Vergleich dazu. MrBeast beispielsweise, hier auch mit einer der größten YouTuber weltweit, mit über 255 Millionen Abonnenten, hat gerade mal mit minimalem Abstand 12 Milliarden Follower mehr, was wirklich nicht so viel ist. Obwohl er schon ganze vier Jahre mehr bei YouTube dabei ist. Und daran sieht man meiner Meinung nach auch schon, dass es hier mit K-Pop und auch Blackpink beispielsweise absolut nicht zu scherzen ist. Denn das ist auf jeden Fall ein absoluter Kracher, wenn wir das auf Vivi Vibes sehen sollten. JG Entertainment hat außerdem noch viele weitere Boy-Groups oder auch Girl-Groups unter Vertrag. Beispielsweise Treasure mit 7,46 Millionen Abonnenten auf YouTube. Dann haben wir noch zum Beispiel Baby Monster mit auch 5,34 Millionen Abonnenten. Wir haben außerdem noch Winner mit 4 Millionen und auch noch AKMU mit 3,25 Millionen. Also alles hier, also alle Gruppen auf jeden Fall hier im hohen Millionenbereich am Start. Und das könnte natürlich auch hier sehr interessant für Vivi werden. Und warum habe ich jetzt eben auch so Blackpink in den Mittelpunkt geschoben? Das schauen wir uns mal genau an. Denn David Yu hat nämlich zu diesem gesamten Artikel auch etwas gesagt. Und zwar sagt er nämlich hier Und ja, Superstar haben wir uns ja tatsächlich gerade mal angeschaut. Ja klar sind da natürlich einige dabei, die natürlich auch 7 Millionen Follower haben. Aber ein richtiger Superstar sieht meiner Meinung nach anders aus. Und daher ist Blackpink hier definitiv etwas, was meiner Meinung nach als Superstar durchgehen würde. Und daher auch auf jeden Fall sehr interessant sein kann. Und dementsprechend, da natürlich hier dieses gesamte Label da unter Vertrag jetzt mit Vivi ist, ist es eigentlich sehr absehbar und auch sehr offensichtlich, dass es hier sich wahrscheinlich um Blackpink, also die erfolgreichste Girl Group der Welt, im Prinzip hier auch bei Vivi Vibes landen wird. Und das ist meiner Meinung nach ein riesiger Erfolg. Das Ganze ist natürlich erstmal schön und gut und ist eine super Announcement. Das möchte ich auf jeden Fall gar nicht kleinreden. Das einzige Problem, was tatsächlich auftreten könnte, ist die Umsetzung. Denn wir wissen zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie das Ganze umgesetzt werden soll mit Vivi Vibes und Musik und NFTs. Das Ganze muss natürlich attraktiv gestaltet werden, um auch wirklich genug Leute anziehen zu können. Und außerdem müssen natürlich auch von Blackpink bzw. JG Entertainment genug Marketing reinkommen, dass natürlich auch viele Leute aufmerksam darauf werden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wenn alleine nur 1%, was in etwa bei 90 Millionen Followern auf YouTube schon 900.000 Leute ausmacht, dass das tatsächlich schon auf jeden Fall eine realistische Zahl ist, die hier mit Sicherheit Interesse zeigen könnte an einem Collectible. Denn 1% sind wir mal ganz ehrlich, ist jetzt nicht gerade viel, ist jetzt auch nicht zu optimistisch, aber auch nicht zu pessimistisch meiner Meinung nach. Und das sind halt einfach Zahlen, wo man sagen muss, da bewegen wir uns einfach auch an einem ganz anderen Level. Außerdem ist nochmal Südkorea technologisch nochmal ganz anders aufgestellt, als wir beispielsweise in Deutschland bzw. Europa. Und daher ist das Ganze einfach auch nochmal deutlich interessanter vom Markt her, da sie einfach dort ein bisschen offener sind, auch was so Technologien angeht. Als Abschluss kann man denke ich sagen, es ist definitiv ein absoluter Erfolg für Vivi, dass sie hier JG Entertainment und damit auch mit einer der größten K-Pop-Bands der Welt an Bord haben. Nichtsdestotrotz darf es auf jeden Fall nicht an der Umsetzung scheitern und auch an schlechten Vorbereitungen oder schlechten Abläufen, denn das könnte tatsächlich Vivi Vibes so ein bisschen auch das Genick brechen, wenn es halt mit so großen Influencern im Prinzip hier auch Marketing macht. Da muss einfach auch alles glatt laufen bzw. eigentlich zu 99,9% alles federfrei laufen, um einfach auch den Usern eine gute Experience zu bieten. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall hier, dass Vivi alles getan hat und auch tun wird, dass die User-Erfahrung hier für uns natürlich auch besser wird, genauso aber natürlich auch für die neuen User gut sein wird, einfach um diese natürlich auch auf der Plattform zu halten. Dennoch bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da kommen wird. Ich werde euch natürlich hier auf dem Laufenden halten, was hier passieren wird rund um Vivi Vibes. Wenn das Ganze gelauncht wird, mache ich vielleicht sogar einen spontanen Livestream. Wir werden es sehen. Und wenn euch das ganze Video übrigens gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben freuen und auch natürlich über eure Meinung unten in den Kommentaren. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, guten Abend und bis dahin, euer Käpt'n. Ciao, ciao.